Ja hallo und herzlich willkommen bei unserer Skydefence und Co. Ja siehste, machst du schon selbst. Ich habe extra nichts gesagt. Nein, hast du nicht? Nein. So, Taschen. Ja, herzlich willkommen bei Lego Harry Potter. Weiter geht es natürlich Jahre 1 bis 4 und wir müssen jetzt mal Geschichte fortsetzen, aber ich glaube wir lernen jetzt endlich den selben Zauber. Da bin ich ja mal gespannt. Wenn wir den haben, werden wir den Co-Boot erstmal noch mal holen, da wir uns noch einen dunklen Zauberer besorgen wollen. Ja. Ähm, okay. Ja, okay, da muss, äh, gut, wir müssen mal gucken, was wir hier vorher machen können. Gar nichts weiter, weil wir hatten ja hier alles gemacht. Wir konnten ja nicht schieben. Naja, wir waren jetzt noch mal hier drinnen, ne? Ja, so. Ich tue mal den Zauberer. Ja, ja, mach mal. So, ui. Wow, ey, mit Schnee, ey. Achso, ich muss erst mal... Die wird ein Goldachter angezeigt. Ja. Aber ich rede neben mir eine Funzel. Ich fände ja alle. So, war ich für den falschen Zauberer. So, ich spring mal jetzt auf mein Typenrohr drauf rum, ne? Also... So, ich bin mal Sprengstoff eingesetzt. So, äh... Finde ich's denn, verdammt. Äh... Finde mal richtig hoch, Hermine. Na bitte. So. So. Hast du den Gold nicht denn geholt? Ne, du. Weil du da reingesprungen bist. Okay, dann war halt da hinten Donne. Aber woher hier vorne in der Zeit? Ja, deswegen. Hier ist auch wieder selber, siehst du? Hm. Ist alles noch ein bisschen zu früh. Aber ich weiß, was wir machen können. Ist ganz lustig. Ja, auf den Betten rumspringen. Ne, ne, ist nicht das Einzige. So, wir wecken den jetzt mal gleich mit dem Hammer hier. Okay, der arme Kerl. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir was dafür kriegen. So, warte mal. Geh mal weg hier. Ja. Boah, alter Schwede, ey. So. So, wir werden neu beziehen. Okay. Alles schön schön in rot. Und eine Marke kriegen wir auch. Oh. So, Dean Thomas. Ja, kam mir gerade aus dem Zutüpler daraus. So, auch in rot machen. So, selten. Alle in rot gemacht, ja. 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 Das können wir da hinten nicht mitmachen. Das ist Silber, wie gesagt. Und, äh, ja. Silber erlernen wir erst. Aber wenn wir hier noch rausgehen, ist hier auch noch, ähm, wo geht's denn hier raus? Äh, durch die Tür. Ja. Das ist nämlich auch noch Zeitumkehrer hier. Äh, nie mit. Äh, okay. Ich poliere mal kurz. So, das ist ja alles Silber da hinten. Aua. Das Feuer war heiß. Okay, das ist nur Anfänger. So. Das ist geil, ey. Da ist ein Stütz da oben. So. Und euch hier. So. Ja. Ja. Schlafen Sie komisch. Na bitte. Der Sachse. Was? Wie? Wo? Wer? So. So. Wenn ich die Minigale holen. So, noch eine Kerze. Bitteschön. Oh, ho, 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 ho. Mit einer Riesenkanone abgeschossen. Oh, ho, ho, ho. Wir brauchen nur die Kerzen. Oh, ho, ho, ho. Äh, irgendwo müssen noch Kerzen sein. Man, müssen wir an dem Weg stehen. Anscheinend. Hier ist eine. Ja, dann schief hoch. Ich weiß noch nicht, ob ich dafür was kriegst, aber... Das weiß ich auch nicht. Komm runter. Was machst du, wenn ich hier draufstehe? Was ist denn fertig jetzt hier oder nicht? Ah, nichts. Ich weiß nicht, ob es fertig ist. Hm. Sieht aber ganz anders aus. So. Okay. Äh, ja. Was mit den Dings hier? Äh, gute Frage. Ich hab mich da drauf gelegt. Ich hab mich da drauf gestellt, aber da war nichts. Nichts? Nee. War nichts. Niente. Okay. Die Kerzen schweben an der Luft, ja? Ja. Das hat zwar nichts gebraucht, komischerweise, aber... Äh, würdest du mich hochheben? Warum? Weil hier Stütz sind. Man kommt doch von alleine hoch. Achso. Hat es doch geschafft. Du machst mal das und dann... So. Komm, zieh dich mal an. Und nun? Wir brauchen hier nur rausgehen, dann sind wir auch zur Zeitumkehrer. Dings muss raus. Wirklich. Hier gibt's anscheinend nicht mehr. Oh, sind alle zu mir gekommen. Ja, weil ich die rüber geschubst habe. Boah, Blende. Ja. Okay. Jetzt sind wir wieder ganz normal. Und Geistchen wartet auch schon. Okay, dann wollen wir gleich mal Geistchen folgen. So. Na. Hier sind eindeutig zu viele. Gewesen. Ja. Ja. Die waren nah an der Wand. Ja. Ja. Hier haben die 4 Millionen erreicht, ja? Ja, hab ich schon gesehen. Nimm mal so nebenbei raus. Wollte ich ja nun mal gesagt haben. Sehr schön. So, nach rechts. Okay. Wo führst du uns nur hin? Zum Unterricht. Was der Weg immer so lang sein muss. Meine Güte. Ja. Die ist der Unterricht immer ständig auf. Ne, der war letztes auch hier. Äh. Halt. Nicht getroffen. Ja, hier war der. Geil. Da müssen wir wahrscheinlich den Silber der Kraut machen. Hm. Ja, das ist Silber tatsächlich. Reduktion. Boin. 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 Es ist nämlich nur 2, die sie getroffen hat. Noch die Ärmsten. Oh ja. Hier gibt's wie gesagt. Ja, dankeschön. Dieses Gespräch. So. Hier sind einige. Äh. Ja, der ist schwer zu kriegen. Ja, der ist schwer zu kriegen. So. Da muss man ein paar mal drauf schauen. Äh. Nicht immer. Manchmal ist. Zielt er halt ein bisschen bescheuert. Hier. Hier ist. Ja, ein roter ist auch noch hier. Ich mach schon. Ja, toll. Müssen wir wieder in den Quere stehen. So. So. Wie immer. Geht man sich in den Quere. Dumm und lustig. Hier. Da hast du. Dann kannst du ein Buch machen. Ein Buch? Ja. Okay. Ich mach mein Buch. So. Ich hol mal den Typen da runter. So. Zack. Ja, die Dinger müssen wir auch machen. Das sind 2 von 4. So. Äh. Da muss ich irgendwie noch eine rumhängen. So. Ich seh nämlich nicht. Hab ich. Sieht nichts. Verdammte Scheiße. Ne. Das ist gemein. Bin ich denn? Na da. Ich seh aber nichts, was ich machen tue. Du hast doch einen falschen. Äh. Oh. Du hast was im Hof. Du bleibst nicht lange oben, ne? Nein. So. Eins von drei. Ich benutze. Die Bindelze müssen wir machen. Ja. Die Fackeln. Eins von vier. Guck. Da ist noch eine Fackel. Ja. Und die Bindelze ist auch da. Ja. Ja. Den hab ich auch befreit. Ah. Ich komm. Ah. Verdammt. Ja. Die Scheiße Raumscheinung, die gibt's wieder hier nicht. Ist wieder echt zum Mäuse melken. So. Okay. Glaube hab ich. So. Den hab ich da hinten auch. Jetzt muss ich nochmal kurz mal umwachsen hier. Ich muss ja kurz mal den Kobold runterholen. Hast du die Finnetze? Äh. Das hier vorne hab ich ja. Ich bin jetzt. Nein. Ich bin ja gar nicht so weit. Sieh nichts mehr. Toll. Oho war eins. Da ist alles. Wo kann ich mich nicht bewegen? So. Hab ich ja nicht gesehen mehr. Schrecklich. Wo der nicht sieht ist ist echt schrecklich. Oh mein Nieschen juckt. Hilfe. Oh was ist denn jetzt hier los. So. Eins von drei. Äh drei von zwei. Und was gab's dafür? Ich glaube in der Mitte. Ja, man kriegt was. Da ist es doch. Ein Charakter. Ein paar Warty. Irgendwas. Warte mal. Was ist denn jetzt hier los? Lieblingsschilder. Okay. Ich wollte gerade den Zauber wechseln. Der Kunde ist dein. Produkte. Ja. Und ich wollte den blauen hier haben. Wollt ihr gerade die Fackel? Ja. Aber was ist denn nicht gemacht? Ja, die habe ich doch schon. Da. Kippen. So, wen haben wir hier? Äh, Ron im Schlafansug. Okay. So. Geh mal lieber aus dem Weg. Wo ich weiter abgeschritten werde. Hm, das ist ja erst drin. Man soll in eine hohle Wand. Äh, Übung? Keine Ahnung. Übung war genug, wenn man hier abgeschossen hat. Aber irgendwas ist ja noch. Hier ist ein Gondestein noch. Ja, ich weiß. Haben wir noch nicht alles gemacht? Ich weiß, wir konnten ja. Aber hier sind noch rote Kisten. Die rote Kisten. Äh, und du musst eine rote Kugel hier hinten. Ach so, wie ein dunkler Zauberer. Ja, da wird wahrscheinlich die rote Stand sein. Aber den goldenen müssten wir kriegen. Da haben wir noch irgendwas vergessen. Ähm, was haben wir was? Ja, untersuchen. Wie sich das Kamel abfällt. Ja, einen roten Stein müssten wir hier auch kriegen, weil hier ist eine Eule. Ja, der kann aber da hinten im schwarzen Stein sein. Was wir nicht machen können. Warte, dass die drinnen ist. Was heißt das noch? Der geht nicht mehr. Man muss nicht im Weg stehen, ey. Zum Kratzen, ey. Ach, Stuhl, geh mal weg. Da muss noch irgendwas sein. Wollen wir uns hin? Ein goldener Stein. Was hast du gemacht? Äh, ich habe ein Skelett kaputt gemacht. Das hier lag. Das hast du geblinkt. Du sagst, du schießt dich mal drauf. Zumal haben wir den goldenen. Ja. Jo, sehr schön. Was wir machen konnten, haben wir gemacht. Ich würde sagen, dass das Skelett gefunden. Roten Stein kriegen wir noch nicht. Nee. Deswegen will ich ja auch Kobold besorgen und danach einen dunklen Charakter. Ja. Äh, okay. Hallöchen. Ich wechsle mal zu. Ach, wolltest du? Ich hatte es vor, aber ich habe ja keine Kratze mehr. Äh. Okay, somit bin ich nutzlos geworden und äh. So. Aber irgendwie. Hä? Äh. Äh. Hier muss ich rein. Ah, ich glaube, du musst mal das da hochheben. Wir gehen nach Teile. Jaja, du musst das hochheben. Was muss ich hochheben? Na hier, das. Was hier unten ist. Genau das. Ah, das da. Okay. Gemacht. Danke. Musst du hier oben auch noch was machen? Nee. Nein. Ich dachte, den soll nicht sein wahrscheinlich einsammeln. Ja. Das darfst du. Mach ich. Hehehe. Hm. So, komm rein. Kommst du da wieder raus, bitte? Ja, brauchst du denn die Kugel raushauen. Danke. Ist doch schön, ne? Kann mir der Kugel auch noch was machen? Nö. Ne. Sehr schön. Da haben wir den auch noch geholt hier. Den roten Kasten können wir noch nicht machen, ne? Äh, ne. Ne, ist ja kein Silber. Ne, ist dunkler Tauber wieder. Ja. Ja, okay. So, dann müssen wir jetzt... Wollen wir jetzt sowieso zum Kessel zurück? Ja, müssen wir sogar. Äh, genau. Damit wir in Level 1 nochmal rein können. Ja. Das muss auch sein. Damit wir den Kobold besorgen können. Wir wissen jetzt leider nicht genau, wo der ist. Ähm. So. Auf jeden Fall im ersten Level. Soviel stehe ich mal fest. Da oben ist er in der Mitte. Äh. Wo ist man rein? Warum? Zauberer haben wir ja. Freispielen. So. Äh. Wem nehme ich denn? Nehme ich Harry Potter? Brauche ich Harry Potter? Ich will Hermine haben. Oder nehme ich sie? Ich nehme Ron. Äh. Einen dunklen Zauber haben wir ja nicht. Ähm. Und falls nimmst du eine Kanäle, dann nehme ich Hermine, ja? Okay, habe ich schon. So. Okay. So, nun? Ja, wir lesen keine kleinen Vorteile. Habe ich doch. Ich habe doch voll. Ja, wir lesen keine kleinen Vorteile. Wie ruhig wäre man ungern. Aber ich muss leider immer 30.000 mal am Tag sagen. So. Oh, okay. Das ist tatsächlich eine Winkelgasse. Ja. So, haben wir hier auch schon Silber und Schmutz. So, erstmal hier ein Zerstörungszauber auswählen. Oh, ständig ist mir hier irgendeiner am Weg. Ja, das passiert ständig. Das kann ich mal nicht machen. So. So. Jetzt machen wir hier was zusammen basteln. So. Eins von zwei. Sehr schön. So. So. Oh, es gibt ja nun nichts. Weil wir ja schon den Wappen dafür haben. Oh, das schloss ist auch noch nicht hier. Na gut, das können wir ja dann nachcapott machen. Oh, verdammt. Das ist noch nicht so wild. Ah, nein. Ich will den Stutz da oben haben. Oh, geht er weg. Ach, geh weg! Ach, das kann auch wohl nicht wahr sein. So. Kommst du nicht ran? Nein! Komm da nicht ran! Das ist schrecklich. Ach, mann. Auch mann müsste mir immer vor den Füßen rumlaufen. Soll ich den holen? Ja, versuch du's mal. Ich hab' letztens schon Schwierigkeiten gehabt, aber... Wow, jetzt bringt der ja gar nichts. Oh Gott, ey. Ich brauch' mal hier einen Tänz in der Weile. Geh' dir mal da hoch. Ja. Ja, wo ist denn der? In welcher Höhe? Ja, das ist das Problem. Ich hab' den letzten Mal auch schon mitgekriegt. Okay, krieg' man nicht. So, äh... Ne. Jemand muss uns hier hochheben? Oder jemanden hochheben? Ich geb' dir Schuhe. Gut. So, bitteschön. Danke. Ich muss tatsächlich anfangen als überherstes, das erste Mal. So, schon ganz interessant. Ja. Nee, das ging mal da ran. So. Tür ist offen. Sehr schön. Fertig? Nein. Aber solange hier kein Silber ist, ist hier momentan nicht viel zu machen. War's hier hinten schon? Ja. Okay. Äh... Irgendwann... Also... Das hier sind so Silberne Sachen und die haben wir hier nicht. Oder nicht. Die brauchen Silberne Sachen. Ja. Ganz wichtig. Äh... Das kriegt man so kaputt. So. Ui... Haben wir den Wappen hier eigentlich schon geholt gehabt? Ich hab da hier gerade eine blaue... Zwei Wappen haben wir hier, nur wir haben den Wappen nicht geholt. Ja. Der noch fehlt. Den dritten Wappen. Den dritten Wappen. Den haben wir nicht geholt. Den haben wir nicht geholt. Oh verdammt, da muss ja einer drauf. Ich such silberne Klamotten. Oh verdammt, da muss ja einer drauf. Ich such silberne Klamotten. Oh verdammt, da muss ja einer drauf. Ich hab da... Ist auch kein Silber? Nee. Einer. Alter! Hehehehe! Schneller! Das fack rein Ron! Das ist Silber, der Schrott. Jut, ich geh mal kurz zurück. falls wir Sonnen die nicht haben, dann haben wir nämlich diesen Hauswappen hier nicht und das wäre ein bisschen scheiße so, wir müssen mal kurz den Boden aufwischen jawoll, Hauswappen, kann ich da wieder absteigen das war Hauswappen Nummer 3 ist dran gekommen? ja, ja, man läuft und springt nicht da oben ist sie gefährlich, wieder runter zu fallen äh, nee, Hagrid wir brauchen Hagrid ja, dann zupfen wir mal ich weiß ja nicht, mit welchen Abschnitt man hier selber machen kann das weiß ich leider nicht ja, wir müssen dann wieder an derselben Ecke rumlatschen ah, immer dieser verdammte, blöde Zauber das ist roter Zauber hier äh, das war kein roter Zauber, trotzdem komme ich zu Kiste aber trotzdem haben wir da hinten, da kriegen wir glaube ich die vierte Waffen ja, das wäre nicht schlecht ja, man, da ist so ein Tor, äh, mit dem Silberschluss davor ja so, vier Stück habe ich jetzt schon mal weg hier so, da ist das Silberschlosschen dann müssen wir auf Schloss zielen, danke äh, brauche ich da jemanden? Ich sehe nämlich nichts ja, Hagrid, brauchst du oh, Hegi, komm mal her das ist gerade hier so so, sehr schön Hauswappen Nummer vier sehr schön ja, oder noch nicht, kann ich mich nicht ziehen ich weiß nicht, wo das Hauswappen ist ich komme da nicht ran ich komm hier schon ich sehe nichts Gott sei Dank so, ist hier noch was Interessantes ja, ich hab was zum Land bauen ja, das weiß ich, das ist nämlich interessant jetzt finde ich es gibt es gut äh, da waren wir nämlich schon ja, man sollte schon einer auch so äh so äh na so so so, wir müssen hier den Kumpel auf jeden Fall holen und dann müssen wir nämlich äh äh, aufschließen und dann können wir nämlich da sind nämlich selber die Kästen hinten hier noch ja so hier müssen wir noch ein paar blaue noch ab so ah, ich hänge so ein blauer und da hängt ein blauer und da komm ich nicht doch, da komm ich ran so hast du eine angesprochen da vorne? nein ok, dann mach ich das mal so Hallöchen ich winke siehst du mich? ich glaub das hättest du mitgekriegt, wenn ich ihn angesprochen hätte und wo ist er jetzt? hm wo ist denn jetzt der Kobold? äh, hallo Kobold? wo bist du? Kobold hallo? ich hab den doch gerade angesprochen ja äh, wo läuft der? hä? was ist denn? soll das jetzt ein dummer Scherz sein? oder was ich nicht mehr lustig finde? wo ist der scheiß Kobold hin? äh ich kriege die beschissen Tür nicht auf nee was ist der denn? der hat sich verabschiedet toll ja toll, das find ich jetzt nicht mehr lustig nee, find ich auch nicht lustig bin ich denn? da wo ist der Kobold? ja, den müssen wir aber jetzt leider im nächsten Part suchen den können wir nicht im nächsten Part suchen, das dauert zu lange äh, im nächsten Part ja, das können wir auch nicht im nächsten Part suchen, das dauert zu lange aber wir brauchen den Kobold ja ist doch jetzt asozial sowas mausi ja gut, äh, wir sehen uns dann, falls wir hier reinkommen alles klar okay bis dahin, seit, äh, Tinkerbell tschau tschau baaie baaie sie ja tscho